Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Oh, der war aber fleißig. So, dann gucken wir mal, wo er ist. Robert! Robert! Da war er gerade. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder weg. Da-da! Ja, habe ich gesehen. Das ist wirklich sehr hoch. Soll ich raufkommen? Der ist aber sportlich. Ich würde doch ganz runterkommen und nicht da auf halber Höhe hängen bleiben. Laut und deutlich. Hallo, Robert. Ja, ist wirklich besser. Klingt toll. Das kann ich irgendwann auch mal ausprobieren. Äh, nein. Nix für mich. Bin froh, dass es für sowas Leute wie dich gibt. Es ist großartig da oben. Ich habe sehr viel geklappt. Ich habe noch immer noch. Aber jetzt bekomme ich es auch bezahlt. Auf jeden Fall. Ich dachte, es wäre auch gut für dich, wo die Apartmenten geplant sind. Aha. Also gut. Und was jetzt? Ach, hier ist das? Echt? Wirklich eine Schande. Ja, und was jetzt? Ah, okay. Also, was jetzt? Stimmt ja, dein Plan B. Erzähl mir alles darüber. Ja, das möchte ich unbedingt wissen. Right. Your Wildcard-Plan. Um die Baum-Version von We Are The World aufzunehmen? Schön. Und dann? Ähm, right. Und dann? Well, we'll start jammin'. Some music producer accidentally drives by. Offers us a contract on the spot. Next stop. Rich and famous. Ah, okay. So. So funktioniert das. Das machen wir. Wann und, äh, äh, und so geht's los? Ich habe das Gefühl, du nimmst mich gerade etwas auf den Arm. Nö, finde ich gut. Machen wir so. Okay, ich bin dabei. Tut mir leid, aber ich habe schon was anderes vor. Heute ist Dienstag, ne? Habe ich da schon was anderes vor? Nee, das machen wir. Komm. Das hätt's ja auch am Telefon vielleicht sagen können. Äh, ja, tschüss und sei schön vorsichtig da oben, ne? Bye. Be careful up there. Thanks. Mhm, mhm, mhm. Da ist er wieder weg. Da ist er wieder da. Da ist er wieder weg. Okay, jetzt sind wir heute mit dem Robert verabredet. Mit der anderen waren wir ja noch nicht verabredet, oder? Ich hoffe nicht. Mit dem auf dem Campingplatz am Mittwoch und den Vertrag müssen wir uns noch durchlesen. Ah, shit. Das ist echt wie, so schlimm wie im Urlaub. Du denkst dir, ach ja, cool, ne Woche frei. Und dann ist, plöpp, 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 Ende. Äh, du kriegst das, äh, prima hin. Ich hoffe, du hast einen guten Grund dafür. Äh, was? Äh, ich hoffe, du blamierst dich hier nicht, Robert. Ne, du kriegst das bestimmt hin. Okay, Robert. Take it away. Fellow Providence Oakians. I'm Robert Harris. And I oppose the plans for new apartments on Lakeview Drive. If you feel the same, let Town Hall know about it. And give them a call. Let's keep Providence Oaks pretty. Perfect. That's a wrap, folks. Back to work. Hold on, hold on, Jack. Meredith, what do you think? Warte, wir fragen erst sie, weil ich weiß sowieso nicht, warum sie mitgekommen ist, aber ist okay. Ja, ich fand das ganz okay. Liebe mit Providenz Oka, im Ernst. Mir fehlen Revoluzza, Tonfall und Leidenschaft. Ja, ja, ja. Das finde ich auch. Das war sowieso, ja, wenn ihr da auch gegen seid, dann kommt doch da mal hin. Aha, nee. Also, ich finde auch, er könnte das ein bisschen mehr mit... Los! Hallo, Providence Oakians. Ich bin Robert Harris. Und ich oppose die Pläne für neue Apartmenten auf Lakeview Drive. Wenn ihr das gleiche fühlt, lasst Town Hall wissen, und gib ihnen einen Anruf. Let's keep Providence Oaks pretty. Better? Nein. Nein. Aber ja, komm. Soll, soll reichen. Ja, that should do it. Okay, that's a wrap. Back to Tater harvesting. Meredith, I'm gonna return the favor and help Jack out today. If you love birds want to spend more time together, she can come along too. Plenty of work to do. Jack, what the... Ähm, ich hab da übrigens seit gestern so, sowas wie ne Freundin. Ich sollte mich lieber vom Acker machen. Viel Glück mit den Tö... Töffelchen. Den Töffelchen. Natürlich. Ich habe nichts gegen etwas körperliche Arbeit an der frischen Luft. Also los. Klar, aber das Gegur überlasse ich euch. Achso, wegen Turteltrauben. Oh mein Gott. Ja komm, wir machen mal. Was ist denn mit einem bisschen hartes Arbeit im Outdoor? Lass uns gehen. Rock'n. Lass uns das machen. Okay, Leute. Halt auf meinen Traktor. Es ist Zeit für das echte Show. Müssen wir irgendwas tun? Okay. Dienstagabend. Alles klar. Meredith, es ist mir. Oh. Hi Steve. I'm sorry. Didn't get the chance to look at the contracts yet. Oh, you didn't. Nee. Ich schaue ihn mir heute Abend an. Ich habe einfach zu viel um die Ohren. Tut mir leid. Ich schaue ihn mir heute Abend an. I'll look at them tonight. Awesome. Thank you so much. Oh, short call. Gotta rush. Corporate lawyer appointment. Crossing the T's and dotting the I's. You speak soon. Tja, dann schauen wir uns. Wir könnten auch ein Buch lesen. Nein, wir schauen uns jetzt. Wir haben es versprochen. Wir gucken durch die Verträge durch. Wir helfen hier jedem. Warum nicht auch dem Chef? Here we go again. Wieso schreibe ich? Schreibe ich die Verträge gerade selber? Oder was? Okay, Mittwoch. Ach, der ist schon wieder. Guten Morgen, Mr. Morgan. Guten Morgen, Mr. Morgan. Äh, äh. Ach so. Guten Morgen, Mr. Morgan. Hehehehe. Ich fand's lustig. Äh, Frank? Suspendiert? Wieso das denn? In Ordnung, Sir? Sonst noch was? Wie, wieso ist der suspendiert? Frank? Suspendiert? Why? The only thing you need to know right now is that I will be filling his spot for the time being. Okay, dann tschüss. Einen schönen Tag mit dir. Frank noch? Na gut. Aber wo ist Frank jetzt? Okay, bekommen sie dann jetzt die Umschläge? Das würde ich vielleicht nicht fragen. Hehehehe. Äh, ich frag mal, wo er ist. All right. But where is Frank now? Frank is not here. Frank is not here. Verstehe. In Ordnung. Tschüss. Ich mach mir Sorgen um ihn. Wo ist er? But I'm a little worried about him. Where is he if he's not here? Somewhere else. Have a nice day, Miss Weiss. Was ist das denn für ein Arsch? Oh, es schüttet. Na wunderbar. Na wunderbar. Ja. Ja, morgen. Today's contribution is from Matt Turney. I have a positive. Last night's thunderstorm over the lake. What a spectacle. Ach ja. Hauptsache, es ist nicht so warm. So, Main Street. Hallöchen! Hier ist dein Paket, Nancy. Meine Fotosafari ist zu Ende. Ja, so, ich habe die Kamera jetzt eine Weile ausprobiert. Ehrlich gesagt habe ich noch kein einziges Bild geschossen. Ich habe tatsächlich die Kamera komplett vergessen. Ich mache das schon, keine Bange. Äh, ja. Habe ich total vergessen, habe ich wirklich total vergessen. Äh, so. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal darum. Brief, 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 Brief. Alles klar. So, und da ist Brief. Oh, da ist Schild. So, weiß eigentlich noch jemand von euch, wie wir die Kamera überhaupt bedienen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ach, und wir hatten ja auch noch einen Kalender. Ich nehme jetzt diese Verträge durch. Hier habe ich alles gemacht. Oh, nein. Okay, mehr hatte ich nicht. Alles klar. Aber, wo war nochmal mein... Moment. Hier. Hier. Äh. Wir hatten schon ein Foto gemacht. Seht ihr mal. Die hat voll gelogen. Aber ich glaube, sie möchte nicht, äh, von den Häusern hier Fotos haben. Die müssen wir gleich mal gucken. Ähm. Hier. Ja. So, weiter geht's. Ja. Ist natürlich jetzt schönes Wetter, um Fotos zu machen. Aber, naja. Ich habe es tatsächlich total vergessen. Ähm. Naja, wird schon, wird schon. Kriegen wir alles hin. So, hier mal wieder eine große Schleife fahren. So. 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 Hier noch ein Brief. Ich habe den Call my way. Was ist das? The Flick Shack has closed down and will not reopen. Many unreturned tapes can be dropped off before September 22nd. It has been a privilege to serve as Providence Oaks premier home cinema provider. Thank you for your patronage. All the best. Your Flick Shack proprietor, Angie. Hm. Tja. Die macht jetzt wohl Nägeln mit Köpfen. Aber. Muss ich hier nicht trotzdem Brief abgeben? An mich. Dann da oben. Oder war das das, dass wir es jetzt lesen? Wahrscheinlich, ne? Bis zum 22. September. Da ist er noch ein bisschen. Bisschen hat sie ja noch. Wartet mal, da oben könnten wir ein Foto machen. So ein bisschen hier so die Berge und so. Das ist doch ganz gut. Gut. So. Ähm. So, da sind wir fertig. Dann gehen wir mal... ...hier hin. So, einmal drehen. Und nach da hin. Oh, warte, 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 warte. Wenn wir schon mal jetzt am Fotografieren sind, ne? Können wir ja hier auch mal machen. Äh. So. Wunderschön. Wunderschön. La, la, la. La, 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 la. So, weiter an die Arbeit. So, schon wieder zum Mo. Die kriegen echt viel Post hier. So. Ja, ja. Wahrscheinlich noch ein Verstärker zum Synthesizer, hm? D.O. People, I need to pause the music for a special message. Hush, darling, I want to hear this, and so do you. It's from our own Robert Harris, who wants to keep Providence Oaks pretty. Don't flatter yourself, he's talking about the trees. Take it away, Robert. Dear people of Providence Oaks, I'm Robert Harris, and I oppose the plans for new apartments on Lakeview Drive. If you feel the same, let town all know about it and give them a call. Let's keep Providence Oaks pretty. Isn't that something? It could have been more juicy, I guess. But it does say exactly what he wants it to, which is rare for our Robert. Even though he does have his redeeming qualities, doesn't he just... I wonder how he came up with the idea, though. Äh, ich konnte aushelfen, als er die Aufnahmen in Jack's Studios gemacht hat. Robert hat sich das in Jack's Studio selbst überlegt. Er hat erwähnt, dass er die Aufnahmen in Jack's Studio machen wollte. Nö, ich konnte helfen. Nun, Ding, nicht zu viel hier. Übertreib nicht. Nö, Maureen, don't Maureen this out of proportion. I see. Robert wasn't kidding, when he said, he wants to keep pretty things around in Providence Oaks now, was he? Was? Ach so. Nein, er hat mich nur gebeten, ihm dabei zu helfen, es hübsch zu erhalten. So hat er es eigentlich nicht ausgedrückt. Und das sollst du auch nicht tun. Meinen sie wirklich? Ich hab ne Freundin. Seit gestern. Vorgestern. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hab ich eine. Fahre ich nach Hause? Noch nichts, glaub ich. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, ich werd es gleich rausfinden. Ach du heilige Scheiße. Schreien ist immer gut, bin dabei. Oh, ich glaub, ich spüre eine Erkältung im Anmarsch. Hüßtel. Ich hab doch, ich hab doch gar keine Talente. More like a hoot and a half. Count me in. Good. I already had you down on my list, of course. But it's nice of you to RSVP. That's settled then. I will see you this Sunday at 8pm. And tell everyone you meet, okay? Let me see you put those postal delivery muscles to good use. Okay. Wieso hab ich das dumpfe Gefühl, als hätte ich hier überhaupt keine Wahl? Sagen wir einfach, ich werde mein Bestes geben. Ja, ich hab irgendwie keine Wahl. Aber danach fahr ich nach Hause. Why do I have the feeling, I don't have a choice here? There you go. You're catching up. Now I have to go unpack some deliveries out back. But I will see you soon, darling. And don't forget about the open mic. I couldn't if I wanted to. Hm, 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 hm. So, wo müssen wir denn jetzt noch hin? I have to go. Vielen Dank.